Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Session hier auf der Buster. Ich hoffe es gefällt euch soweit und bisher war es ein interessanter Tag. Die nächsten 75 Minuten verbringen wir mit einem Thema, an dem mir sehr viel gelegen ist für diese Buster. Es ist ein Thema, ich habe es überschrieben mit Node.js, NPM, Gulp und Co. für Visual Studio 2015. Warum ist es mir so wichtig gewesen? Es ist mir insofern wichtig gewesen, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung gesehen habe, dass der Einstieg in modernes Web-Development nicht zuletzt deshalb kompliziert ist, weil es eine Flut an neuen Tools gibt. Man war es vielleicht von früher gewohnt, dass man in Visual Studio hergeht, vor allem im Project, dann hat man ein hübsches Projekt und ein paar C-Shard-Dateien dazu und NS-Bild erledigt eigentlich alles und man drückt auf STRG-SHIFT-B und er bildet und den Rest übernimmt Visual Studio. Ich konzentriere mich auf meine Anwendung. Und jetzt plötzlich, seit ein paar Jahren, hat Microsoft den Kurs radikal verändert. Die klassische Microsoft ist hergegangen und hat gesagt, hey, wir müssen eine wunderbare Lösung, die aus einem Guss daherkommt, bieten und wenn es irgendwo im Open-Source-Bereich eine Lösung gibt, dann erfinden wir sie definitiv neu, besser, anders. Ja, hat manchmal funktioniert, manchmal auch nicht. Microsoft hat sich geändert. Das habt ihr jetzt schon so oft gehört, da werde ich nicht ganz so detailliert drauf eingehen, aber Microsoft hat sich insofern geändert, dass das alles Open-Source und Plattform-unabhängig ist und sie hat sich auch aus einem anderen Grund noch radikal geändert. Die Einstellung ist nicht mehr, wenn es etwas da draußen gibt, erfinden wir es neu und patentiert, sondern die Einstellung ist jetzt, wenn es draußen etwas gibt, was funktioniert, was die Community akzeptiert, was gut funktioniert, ja warum sollen wir es nicht einbauen, warum sollen wir es nicht verwenden? Und da hat man mittlerweile auch keine Angst mehr, Software von befreundeten oder weniger befreundeten Marktbegleitern einzusetzen. Von wem ist denn Node.js, auf dem das alles passiert, ihr werdet das in ein paar Minuten sehen? Na Google. Und wir wissen, Google und Microsoft sind durchaus Konkurrenten in manchen Bereichen. Macht nichts. In diesen Bereichen, über die wir hier sprechen, verwendet Microsoft die Tools von Google. Es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel Visual Studio Code oder TypeScript, wo es genau umgekehrt ist. Und auch die werdet ihr heute kurz sehen und ich werde sie euch zeigen. Rund um dieses Node.js, wir werden gleich sehen, was Node.js ist, hat sich eine Vielzahl an Tools entwickelt über die letzten Jahre, die eigentlich im professionellen Web-Development verwendet werden. Und genau diese Tools bringt jetzt Visual Studio 2015 mit. Microsoft hat gesagt, ja, MS-Build und so weiter ist eine nette Sache für sich auch, aber im Bereich Web-Development kümmert sich die Welt nicht um MS-Build. Wenn man rein in der Microsoft-Welt zu Hause ist und nur Visual Studio verwendet, dann übersieht man manchmal, dass es andere Welten auch noch gibt. Und Web-Development ist so eine Welt. Ich bin viel auf verschiedensten Konferenzen unterwegs und in den letzten zwei Jahren habe ich mich ganz stark auch fokussiert auf nicht-Microsoft-Konferenzen. Auf Konferenzen, wo Microsoft nicht einmal in einem einzigen Titel drinnen vorkommt. Und wenn man dort herumläuft, dann gibt es dort Unmengen an Web-Developer, die nur in Linux und macOS denken und die sowas wie Visual Studio in ihrem Leben noch nie gesehen haben. Also es gibt ein riesengroßes Ökosystem im Web-Development-Bereich und genau das findet Einzug im Visual Studio. Und dieses kleine Tool-Chaos, sage ich mal, das möchte ich in den nächsten 75 Minuten mit euch lichten. Und ich möchte euch viele Tipps mitgeben, was man mit diesen Tools also machen kann. Es gibt, wie gesagt, Unmengen an Tools und ich habe mir, wie es der Titel schon sagt, drei herausgenommen, die ich euch speziell vorstellen möchte. Immer mit Fokus auf, wie sieht das denn für einen Visual Studio-Entwickler, eine Visual Studio-Entwicklerin aus. Und diese drei Tools sind Node.js, NPM und GALP. Wir werden von kleinen Hello World Beispielen bis zu einem großen End-to-End-Beispiel mit automatisiertem Bild in Visual Studio Team Services alles ausprobieren. Ich hoffe, ich komme mit allen Beispielen durch. Mal sehen. Ja, ich habe hier die Agenda nochmal wiederholt. Also was ist das Problem? Das Problem, das wir haben, ist Client-Side Web-Development. Früher, ganz früher, war Web-Development im Prinzip gesamte Logik am Server und der Server hat irgendwie dynamisch HTML gerendert. Keine oder nur triviale Logik am Client in Form von JavaScript. Etwas später wurden die Browser immer mächtiger. JavaScript, ich würde mal sagen, so vor fünf, sechs Jahren hat Google etwas herausgebracht, nämlich die V8 JavaScript Engine und hat sich erstmals hingesetzt und hat gesagt, jetzt optimieren wir das so, dass wir endlich performant JavaScript im Browser ausführen können. Und da ist plötzlich etwas entstanden, die Scripts am Client wurden stärker. Das heißt, die View-Logik, Formvalidierungen, kompliziertere Animationen und ähnliches wanderten immer mehr auf den Client. Trotzdem, der größte Teil der Logik fand am Server statt. Und das sieht man auch, wenn man sich die Historie von ASP.NET ansieht. Da gibt es dann so Sachen wie ASP.NET Bundling, wo man serverseitig zur Laufzeit irgendwelche JavaScript Bundles baut und das beim HTTP-Request erst zusammengebaut wird. Immer der Fokus stark auf den Server, aber man sieht schon einen leichten Trend Richtung Logik am Client. AngularJS ist das beste Beispiel als Framework, das in diese Richtung entstanden ist. Heute sieht die Welt komplett anders aus im Bereich Web Development. Im Bereich Web Development sind eigentlich die vorherrschenden Tools, die vorherrschenden Applikationstypen Single-Page-Apps, SPRs. Diese Single-Page-Apps haben richtig komplexe Logik am Client. Ihr habt euch sicher schon die eine oder andere Session heute oder in der Vergangenheit angesehen, wo ihr gesehen habt, okay, dann kann man so richtig Software entwickeln. Das ist ernst gemeintes Software-Development. Da gibt es plötzlich eigene, spezialisierte Sprachen. Da gibt es wirklich mächtige Standards, wie zum Beispiel CSS. Da gibt es auch auf dieser Basis wieder weitere Sprachen, wie SAS oder LESS. Und das Ökosystem ist hier sehr, sehr groß. Client-Site-Development im Browser ist heutzutage alles andere als trivial. Unsere Lieb-Developerin im UI, die Karin, die hat die Firma gemeinsam mit mir gegründet. Die verbringt den ganzen Tag nur damit, HTML5, TypeScript, Angular und so weiter Client-Logik zu schreiben. Und da kommt richtig komplizierter und großer Code raus. Das heißt, wir brauchen für den Client ein Bildsystem. Und dieses Bildsystem, das kann definitiv nicht MS-Build sein. Wir müssen nämlich eine Menge an Tasks machen. Ich habe hier einige beispielhaft aufgezählt, die eigentlich nicht, wie soll ich sagen, so der Heimathafen von MS-Build sind. Was müssen wir denn so eigentlich tun, wenn wir Web-Development betreiben? Wir müssen Code kompilieren. Zum Beispiel Sprachen wie TypeScript, SAS und Ähnliches. Wir müssen transpilen. Vielleicht schon mal gehört, transpiling im Vergleich zu compiling, das ist ein Begriff, der meint Source-Code to Source-Code. Wenn ihr zum Beispiel heute schon ECMAScript 2016, also modernes JavaScript schreiben wollt, und ihr müsst euch aber auf Browser konzentrieren, die leider nicht so neues JavaScript unterstützen, dann braucht ihr einen Transpiler, der neues JavaScript in altes JavaScript übersetzt. Solche Transpiler sind zum Beispiel Babel. Auch TypeScript kann transpilen. Ich will vielleicht im Rahmen meines Web-Developments den JavaScript-Code oder den TypeScript-Code, den ich schreibe, verifizieren. Da gibt es Tools wie JSLint, JSHint, TSLint und so weiter. Ich möchte vielleicht die Performance verbessern. Ich möchte meinen JavaScript-Code minifyen oder uglifyen. Oder ich möchte alle meine Images in sogenannte Sprites zusammenfassen. Sprites sind im Prinzip ganz große Bilder, die als ein Byte-Strom auf den Client übertragen werden. Das geht sehr schnell. Und clientseitig schneidet man sich dann, je nachdem wie man es braucht, kleine Eckchen heraus, damit man zum Beispiel viele Icons auf einmal übertragen kann. Ihr könnt einfach den Links finden, wenn diese Konzepte neu für euch sind. Konkatenieren. Ich habe vielleicht 15, 20, 30 verschiedene JavaScript-Dateien. Und ich möchte diese JavaScript-Dateien nicht mit 15 verschiedenen Web-Requests zum Client schicken, sondern ich möchte sie zusammenfassen. Ich möchte vielleicht Unit-Tests laufen lassen. Schließlich schreiben wir viel Logik am Client. Also müssen wir diese Logik auch irgendwie testen. Beispielsweise Karma ist so ein Test-Runner, beziehungsweise da gibt es auch andere. Jasmine wäre ein Testing-Framework. Protractor wäre ein Testing-Framework für Angular-Applikationen. Also hier gibt es eine Menge Plattformen, die man hier ansehen kann. Und nicht zuletzt Package-Management. Package-Management, da denken wir als die Shop-Entwicklerinnen und Entwickler sofort an Nougat. Richtig? Nougat ist optimal für die Shop. Aber lasst bitte die Finger von Nougat, wenn es um JavaScript, CSS oder Ähnliches geht. Diese Pakete gibt es dummerweise auf Nougat, aber lasst sie einfach in Ruhe. Die nennt ihr Package-Management für das Web, ist nicht Nougat. Wir brauchen was Neues. Warum eigentlich nicht MS-Build und Nougat? Naja, erstens, es gibt ein riesiges Ökosystem an Tools für Web-Development. Und diejenigen unter euch, die mir nicht glauben, denen möchte ich eine winzige Demo zeigen. Wirklich eine winzige Demo. Nougat.org. Ziemlich faszinierend. Wenn ich hier mal reinzoome, dann sehen wir, dass flotte 826 Millionen Package-Downloads schon passiert sind auf Nougat. Das ist eine beeindruckende Zahl, oder? 826 Millionen. Naja, dann schauen wir mal auf den NPM, den Package-Manager von Node. Die haben 842 Millionen in der letzten Woche. Wenn wir darüber schauen, im letzten Monat hatten die 3,5 Milliarden Downloads. Die Zahl von Nougat, die war in Summe seit der Existenz von Nougat. Das sind die Zahlen in der letzten Woche, in dem letzten Monat. Also, das ist ein Ökosystem, das man wirklich nicht unterschätzen sollte. Es ist wirklich gut etabliert. Es stimmt schon, NPM funktioniert ein wenig anders wie Nougat, und der Vergleich hinkt ein wenig. Aber man sieht, das ist jetzt kein Kinderkram. Das ist nicht Kindergeburtstag-Faschingsparty. Das ist ernstzunehmende Softwareentwicklung. Und warum soll Microsoft Nougat komplett umbauen und vergrößern, so dass es passt für Web-Development, wenn es so etwas Tolles wie NPM schon gibt. Das ganze Zeug muss Cross-Plattform sein. Klar, denn Web-Development ist per Definition Plattform-unabhängig, Browser-unabhängig. Wir brauchen etwas, was auf allen Plattformen funktioniert. Ja, und wie gesagt, Nougat kennt im JavaScript-Unfeld kein Mensch. Und das ist nicht, kein Mensch ist übertrieben, aber sehr wenige. Und das ist nicht unwichtig, dass es so ist. Denn die jQuery-Entwickler, die haben absolut keine Motivation, dass die regelmäßig ihre jQuery oder Angular oder wie sie alle heißen, dieser Welt, aktualisieren auf Nougat. Was die machen, die aktualisieren auf NPM und ähnlichen Plattformen. Und dann muss es bei Microsoft jemanden geben, der das dort wieder runterlädt und auf Nougat publiziert. Das macht doch keinen Sinn. Deshalb brauchen wir etwas anderes. Und ich finde es, wie soll ich sagen, der typische Entwicklerin, der typische Entwickler, der das zum ersten Mal sieht und hört, ärgert sich furchtbar, wenn man sich denkt, hey, ich will das alles nicht. Ich will mein Visual Studio und lasst mich in Ruhe mit diesem ganzen neuen Zeug. Ich will einfach produktiv Software entwickeln. Verstehe ich. Nur diese Argumente sind valide, glaube ich. Und dementsprechend ist es eine gute Entscheidung von Microsoft gewesen, diesen Schritt zu tun. So, schauen wir weiter. Die Basis von allem, was wir uns hier ansehen, ist Node.js. Was ist Node.js? Node.js ist eine Plattform, mit der ich JavaScript außerhalb des Browsers ausführen kann. Das ist Nummer 1. Da hat sich wirklich jemand gedacht, ich habe JavaScript so gern, das möchte ich auch außerhalb des Browsers verwenden. Und das vor vielen Jahren. Also das muss dann, naja, egal. Das Ganze basiert, stand heute, auf der Google V8 Engine. Die Google V8 Engine ist die JavaScript Engine, die im Chrome-Chromium drinnen ist. Microsoft hat ja vor nicht allzu langer Zeit, vor wenigen Wochen, die eigene, neue JavaScript Engine von Edge, Chakra, Chakra Edge, geopensourced. Und Chakra ist zwar noch nicht ganz plattformunabhängig, soll aber plattformunabhängig werden. Und es gibt bereits einen Pull-Request, den Microsoft erstellt hat, weil man möchte, dass Node.js in Zukunft die Wahl, dass man als Node.js-Entwickler die Wahl hat, dass ich V8 oder Chakra verwende. Chakra ist im Moment, zumindest wenn man den offiziellen Benchmarks trauen darf, sogar ein wenig schneller als die V8 Engine. Chakra ist sehr gut, was die neuesten ECMA Standards betrifft. Also mit Chakra ist Microsoft ein richtig guter Wurf gelungen. Und dementsprechend macht es Sinn, dass man hier drüber nachdenkt. Und auch das Feedback, wenn man sich den Pull-Request eigentlich ansieht, das Feedback aus der Node.js-Community ist durchaus sehr positiv. Es dauert natürlich noch. Und ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie lange es dauern wird, bis dieser Pull-Request wirklich in Node.js landet. Aber es wird daran gearbeitet. Die aktuelle Version von Node, ich habe sie hingeschrieben, unterstützt auch eine ganze Menge an neuen ECMAScript 2015 Features. Das ist ein Hyperlink. Ihr könnt einfach draufklicken und dann landet ihr direkt auf der Seite, wo ihr nachlösen könnt, was Node.js heute schon alles in puncto ECMAScript 2015 hat. Wenn ich schon JavaScript außerhalb des Browsers ausführen kann, wofür? Nummer 1, Server-Applikationen. Ja, wenn ihr, wie soll ich sagen, wenn ihr kein Freund von C-Sharp mehr seid, dann könnt ihr C-Sharp den Rücken kehren und könnt mit Node.js in Zukunft das machen, was ihr bisher mit ASP.NET, ASP.NET MVC, Web API und Co. gemacht habt. Alles das, was ASP.NET kann in den neuen Versionen, kann Node.js auch und umgekehrt. Es gibt natürlich Unterschiede. Klar, einer der Hauptunterschiede ist C-Sharp versus JavaScript oder TypeScript. Das muss man schon ganz klar sagen. Aber möglich ist es. Also Node.js ist eine Plattform, die kann am Server laufen und damit könnt ihr serverseitiges Web-Development machen. Wir machen es sehr gern. Unsere Core-Anwendung ist nicht Node, sondern unsere Core-Anwendung ist C-Sharp und .NET. Aber wir haben immer wieder so kleine Tools, so kleine kundenspezifische Erweiterungen, Module und dort habe ich eigentlich Node sehr gerne. Und ein persönliches Statement, wenn ihr mittel- bis langfristig ASP.NET Core 1.0 verstehen wollt, dann investiert mal ein paar Stunden, um euch mit Node.js zu spielen. Denn enorm viele der Konzepte in ASP.NET Core 1.0 wurden von Node.js übernommen. Man hat sich inspirieren lassen. Hey, beide Tools sind Open Source. Also was ist Schlechtes dran, wenn hier gute Konzepte übernommen werden? Okay. Aber was für uns, für diesen Talk, noch viel wichtiger ist, Server-Site, Node.js interessiert mich nicht in diesem Talk. Was mich interessiert, sind Standalone-JavaScript-Programme. Ich kann Konsolenanwendungen mit Node.js schreiben und das ist das Interessante. Eine Konsolenanwendung in JavaScript. Aber was ist das Besondere an dieser Konsolenanwendung? Sie ist komplett plattformunabendig. Sie läuft überall, wo Node läuft und Node läuft überall. Es läuft am IoT-Device, Node läuft am Raspberry, Node läuft auch hinter einer Uhr, am Handy, auf Android, auf iOS, auf macOS, auf Linux, auf Windows. Node läuft einfach überall. Das ist das Schöne dran. Und wenn ich einmal eine Kommandozeilen-Applikation schreibe, dann läuft die überall. Und dementsprechend hat Microsoft und nicht nur Microsoft gesagt, hey, diese ganzen Tools, die wir brauchen für die Tasks, die ich vorher erwähnt habe, Bilden, Minifyen, Appifyen und so weiter. Ja, schreiben wir sie doch einfach in Node. Dann laufen sie überall. Frage. Du sagtest, Node läuft auf iOS. Ich dachte, da darf keine andere Browser-Engine drauflaufen. Soweit ich es weiß, gibt es gejailbreakte Versionen, wo du Node laufen lassen kannst. Also ich habe schon Screenshots gesehen, wo das läuft. Es ist definitiv nicht dazu da, dass du Node am iPhone oder Ähnliches betreibst oder am iPad. Es gibt schon Möglichkeiten. Node ist optimiert für Netzwerkprogrammierung. In Node ist alles, alles, alles asynchron und das werden wir dann später beim Bauen unserer GALB-Files beispielsweise sehen und es ist nicht nur asynchron und es ist nicht für Netzwerkprogrammierung, sondern es ist auch ideal, um beispielsweise mit Streams und Dateien und so weiter zu arbeiten und genau das nutzt man dann aus. Wir werden es dann gleich sehen. NPM ist die Schwester von Node, wenn man so will. So wie Nougat für sich auch das Package Management übernimmt, übernimmt NPM für Node.js, das Package Management. NPM steht für Node Package Manager und übrigens, das ist hier wieder ein Link, da kann ich hingehen und dann seht ihr, das sind genau diese Zahlen mit den wichtigsten Packages hier drinnen. Das ist so ähnlich wie Nougat für C-Sharp. Es ist extrem weit verbreitet, habe ich euch schon gezeigt und diesen Tipp habe ich euch auch schon gegeben, da gehen wir jetzt drüber. Und damit gehen wir zum ersten Mal in eine kleine Demo Node.js und NPM. Das werden wir nämlich brauchen, damit wir später die größeren Demos machen. Nummer 1, wenn ihr Node.js entwickeln wollt, dann versucht mal die Node.js Tools für Visual Studio. Also wenn ihr eigene Programme schreiben wollt, dann könnt ihr wirklich im Visual Studio programmieren, ihr könnt Breakpoint setzen, ihr könnt debagen mit allem drum und dran. Funktioniert wunderbar, habe ich bei mir immer installiert. Ich möchte euch aber jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze ohne Visual Studio funktioniert und ich habe hier ein Mini-Node-Programm installiert, auf meinen Slides kopiert und dieses Node-Programm werden wir jetzt mal gemeinsam erstellen. Lasst mich schauen, hier bin ich. Ich habe ein Verzeichnis HelloGalp und dieses Verzeichnis ist absolut leer. Hier werde ich jetzt mal mein Visual Studio Code starten, mein Lieblingseditor für solche kleinen Aufgaben und hier nenne ich dieses Ding mal App.js. Sollte ich die Font ein wenig größer machen, glaube ich, oder? Wäre nicht schlecht. Machen wir das. Vielleicht so. Ich hoffe, das passt dann. So. Ist gut so? Kann man es lesen? Ja? Okay, wunderbar. Schauen wir uns kurz an, was in diesem Programm drinnen steht. In diesem Programm steht als erste Zeile drinnen irgendein Require. Require ist so quasi ein Import-Statement für Node.js. Ich möchte eine Library inkludieren. Diese Library in diesem Fall heißt Jock und das Wichtige ist hier, bei solchen Require-Statement weiß man sofort, oh, ich muss auf NPM gehen und kann hier drinnen mal nach Jock suchen. Jock wie die Kreide. Und wenn ihr da reinschauen, dann werden wir sehen, dass Jock ein winziges Tool ist, mit dem man die Konsolenausgaben einfärben kann. Was anderes ist das nicht. Ihr seht, wie klein strukturiert die Welt in Node.js ist. Für das Einfärben des Konsolen-Outputs gibt es ein eigenes Package. Und wenn ihr zufällig gestern in meinem Workshop wart, dann habt ihr auch schon gehört, dass es jetzt mit .NET genauso ist. .NET Core 1.0 ist extrem klein strukturiert. Die Libraries, da gibt es viel mehr Libraries und nicht mehr so große monolithische Dinge. In diesem Fall hole ich mir Jock und da mache ich nichts anderes, als ich setze zwei Variablen und das ist ein ganz normaler JavaScript-Code. Ich mache ein console.log und gebe etwas in rot aus und hier verwende ich weiß auf blauem Grund und alles ist gut. Wenn ich jetzt versuche, dieses Ding auszuführen, das ist jetzt da, habe ich es gespeichert, dann kann ich versuchen, mit Node.app.js das auszuführen und dann sagt er mir hier, oh oh, cannot find module Jock. Das heißt, wir müssen uns dieses Modul in irgendeiner Form holen und das holen wir uns über NPM. NPM install Jock ist so wie Nuget, wenn ich jetzt ein Package installieren will. Ich drücke da einfach drauf und dann geht er irgendwo ins Internet und holt sich Jock und was er tut, ist er installiert dieses Jock in einen Ordner namens Node Modules. Okay? Wir werden noch genauer darauf eingehen, aber das soll jetzt mal gewesen sein und jetzt kann ich sagen Node.app.js und wenn ich das laufen lasse, dann habe ich als Ergebnis, oh, auf einer blauen Konsole, blauen Hintergrundverwenden ist eine ganz blöde Idee. Das heißt, wir werden hier BG Green zum Beispiel sagen und lassen wir es nochmal laufen und jetzt haben wir grün im Hintergrund. Hurra! Also, ihr seht ungefähr, wie das funktioniert. Wichtige Takeaways, es ist JavaScript total simpel zu erstellen. NPMs brauche ich, wann immer ich ein Package require. Okay? Man muss nicht unbedingt JavaScript schreiben, sondern man kann auch TypeScript schreiben. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich hier in mein in mein App.js reingehe und zum Beispiel hier sage Jog Punkt, dann bekomme ich genau überhaupt keine IntelliSense. Wie denn auch? JavaScript weiß nicht, was in Jog drinnen ist. Woher soll das bekommen? Und das ist natürlich wesentlich netter mit TypeScript. Wer hat noch nie von TypeScript gehört? Oh! Schön! Schön! Darauf warte ich schon lange. Also, machen wir ein neues File, das nenne ich App.js wie TypeScript. Und in diesem Fall habe ich jetzt oben ein etwas anderes Statement drinnen stehen. Hier steht nicht require, sondern dieses eine Statement, wie wir es hier sehen, ist ein Import Statement, das ihr vielleicht von ECMAScript 6 schon kennt. Nur das Problem an der Geschichte ist, dass TypeScript jetzt Metadaten braucht, so eine Art Header-File für Jog. Und das gibt es. Dafür gibt es ein eigenes Tool. Dieses Tool heißt Typings. Und genauso wie ich npm install gesagt habe, um die Typ-Informationen, sorry, um die Library Jog bekommen, verwende ich Typings install Jog. Um die TypeScript Type-Informationen runterzuladen. Sollte relativ schnell gehen. Und dann bekommen wir hier einen Ordner, der heißt Typings. Seht ihr das? Ich zoome ein wenig ein. Typings. Und hier drinnen gibt es einen Unterordner Main und hier drinnen gibt es einen Unterordner Jog und hier gibt es die Metadaten zu Jog. Jog DTS. Alle diese Informationen, die ich euch jetzt gebe, werden wir dann später beim Bauen der Web-Anwendung brauchen. Also das sind jetzt die Grundlagen, die wir hier erstellen. So, jetzt haben wir unser Jog hier erstellt. Das ist ja gut. Und jetzt möchte ich natürlich dieses TypeScript-Ding, jetzt haben wir hier nicht nur unser JavaScript, das werde ich übrigens jetzt löschen. Erase App.js. Okay. Jetzt haben wir nur unser App.ts. Das kann ich mit Node natürlich nicht ausführen. Wenn ich sage Node.app.ts, dann sagt er, tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ich verstehe nur JavaScript. Ich verstehe kein TypeScript. Dementsprechend müssen wir es kompilieren. Und das werden wir tun. Das tun wir, indem wir TSC, wie TypeScript Compiler sagen. Und dieser TypeScript Compiler, dem übergeben wir unser App.ts. Wenn wir das machen, dann sagt er, oh oh, ich finde das Modul Jog nicht. Weil er leider dieses DTS-File nicht erkennt. Er weiß nicht, wo es ist. Wir müssen ihm sagen, wo dieses DTS-File herkommt. Und zu diesem Zweck macht man für TypeScript eine eigene kleine Config-Datei. Das macht man wie folgt. TSC minus minus init und dann bekommt man eine TS-Config-Datei, wo man die ganzen Compiler-Options speichern kann. Man könnte alle diese Optionen in einer ewig langen Kommandozeile übergeben, aber dazu habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Da speichert man sich einmal an eine Config-Datei und dann muss man nur TSC sagen und dann weiß er automatisch, was zu tun ist. In dieser Config-Datei können wir mal sagen, hey, wir möchten modernes ECMAScript verwenden und ja, Exclude soll so sein. Da fügen wir noch dazu den Ordner Typings. Kannst du auch ignorieren, liebes TypeScript, aber meine Files und das ist das Schöne dran, hier kann ich einfach meine Files hinzufügen, die findest du in typings slash main.d.ts. Das war dieses Main, was ich gerade gezeigt habe. Dort findet er die Metadaten für Jog und add.ts. Das ist mein Config-File für TypeScript und wenn alles gut geht, sage ich jetzt einfach TSC und bekomme keinen Fehler. Super und ich bekomme hier, seht ihr das, ein JavaScript-File kompiliert aus unserem TypeScript-File und das kann ich jetzt wieder laufen lassen. Jetzt kann ich wieder hergehen und sagen node.app.js und wir bekommen hurra den richtigen Output. Und dass das wirklich funktioniert, beweise ich euch auch. Ich gehe hier nochmal in mein TS rein und ändere den Background wieder auf green speichere das Ganze ab kompiliere den Spaß nochmal und lasse diesen ganzen Spaß nochmal laufen und dann ist grün der Hintergrund. Und wisst ihr, warum es so toll ist, wenn man TypeScript zur Verfügung hat? Deshalb. Jetzt, wo ich meine Metadaten inkludiert habe, bekomme ich in jedem Editor, der halbwegs was auf sich hält, egal ob Visual Studio, Visual Studio Code, Sublime, WebStorm, wie sie alle heißen, ordentliches IntelliSense. Plattformunabhängig. Wenn ihr auf macOS seid, könnt ihr genau die gleiche Demo machen. Exakt die gleiche. Mit Visual Studio Code, mit IntelliSense, mit genau den gleichen Tools. Und wie? Na mit Node.js, weil Node.js überall läuft. Bitte nicht verwechseln, Node.js ist nicht in JavaScript geschrieben. Ihr führt hier kein JavaScript-Programm aus. Ihr führt ein C-Programm aus. Node.js ist ein Programm beschrieben in C. Das Einzige, was dieses Programm tut, es nimmt zur Laufzeit JavaScript entgegen und führt es entsprechend aus. Das heißt, das ist eine portable C-Anwendung, die quasi zur Laufzeit dann irgendwelche Daten nachlädt und interpretiert beziehungsweise kompiliert. Ein nützlicher Tipp am Rande, ein kleines Tool, das wir später noch brauchen werden, ist etwas, was sich TS-Node nennt. TS-Node, verlinkt in meinen Slides, braucht ihr euch nicht zu notieren, TS-Node ist eine Variante von Node, die allerdings direkt TypeScript spricht. Das heißt, ich kann mir den ganzen Compile-Vorgang sparen. Ich kann, wenn ich will, hier Erase App.js sagen, zum Beweis, es gibt kein JavaScript-File hier. Und jetzt sage ich einfach TS-Node App.ts und was der macht, ist, der kompiliert das TypeScript automatisch und führt danach Node mit dem Ergebnis JavaScript eben aus. Extrem praktisch, oder? Jetzt gibt es wieder einen Abruf von JS? Bitte? Nein, es gibt kein App.js, es gibt in meinem Verzeichnis kein App.js mehr. Das Schöne an TS-Node ist, dass es wirklich TypeScript nimmt und alles in Memory macht und nicht irgendwie meine Festplatte mit JavaScript zumüllt. Also, wenn ihr sagt, ich habe eine allergische Reaktion gegen JavaScript, was ich verstehen würde, dann ist TS-Node die Lösung, euch von JavaScript fernzuhalten. Dann macht ihr alles mit TypeScript. Aber Performance? Na ja, Performance. Performance ist natürlich nicht viel besser als JavaScript. Nicht viel schlechter als JavaScript, aber sicher nicht besser. Er muss es kompilieren. Wir reden ja hier nicht, wir werden ja noch Galt-Files machen, wir reden ja hier nicht über Applikationen mit Millionen Lines of Code. Wenn ihr sowas macht, dann müsst ihr natürlich kompilieren, schon klar. Aber hier schreiben wir ja kleine Tools, wir automatisieren den Bildprozess. Da sind ein paar Dutzend, vielleicht ein paar Hundert Lines of Code, da spielt dieser Overhead für Kompilieren fast keine Rolle. Da ist es fast noch nützlicher, dass ich nicht erst noch einen zusätzlichen Schritt machen kann, da ist mir die Developer-Productivity viel wichtiger, als diese paar Millisekunden, die der TypeScript-Compiler so oft läuft. Frage? Wenn jetzt dieses Node in C geschrieben ist, muss man sich da auch noch irgendwie wirklich Speichermanagement und so weiter selbst dann auch zum Führer? Nein, nein, nein. Das ist nur die Runtime. Die Runtime ist in C geschrieben, also du programmierst JavaScript, so wie du JavaScript auch im Browser programmieren würdest. Ja, okay? Können wir ja auch eine Exe kompilieren damit? Eine Exe kompilieren Aus dem JS oder? Aus dem JS eine Exe. Jein Jein mit Zusatztools Ja. Also natürlich könnte man zum Beispiel, es gibt ein Projekt, das heißt Edge.js beispielsweise und das nimmt die Google V8 Engine und hostet sie in C Sharp. Was ich damit machen kann, ich kann zum Beispiel eine C Sharp Applikation, WinForms, WPF, was auch immer nehmen, dieses Edge.js hinzufügen und dann kann ich in meiner Anwendung JavaScript Code ausführen und nicht vergessen, TypeScript Compiler ist auch nichts anderes als JavaScript, das heißt, ich kann auch TypeScript indirekt über den Compiler ausführen und das hoste ich in meinem Exe in meiner C Sharp Anwendung. Das sind ein paar Zeilen Code, also wenn euch das interessiert, JavaScript als Erweiterungsplattform für eure Software, schaut mal auf Edge.js und ähnliches, da seht ihr in etwa wie das funktionieren kann. Das ist nicht ein Betten eines Browsers, so wie der Electron Shell oder ähnliches oder C Sharp und so. Ich spreche jetzt wirklich einfach vom Ausführen von Serverseitigen oder Kommandozeilen Scripts. Darüber sprechen wir und das könnte man mit Edge.js zum Beispiel machen. Node bietet dir kein Ahead-of-Time-Kompilieren wo du ein Exe draus machst. Was sieht jetzt irgendwie die Bagung aus? Kommen wir vielleicht dazu. Die Bagung war jetzt die Frage. Natürlich kannst du die Bagung, wenn du zum Beispiel eine große Entwicklungsumgebung hast, wie zum Beispiel Visual Studio, dann installierst du die erwähnten Visual Studio Tools für Node.js und dann sagst du einfach F9 für Breakpoint, drückst auf F5 und du debugst Node.js so wie du normalerweise C Sharp debuggen würdest mit Watch Expressions und allem drum und dran. Wenn du das nicht zur Verfügung hast, dann gibt es wiederum ein eigenes NPM, ein Node Package. Das ist der Debugger also selbst der Debugger für Node ist nichts anderes als ein NPM Package und das Debugging selbst basiert dann im Chrome. Der Chrome Debugger kann mit diesem Package und ich werde es nachher herzeigen. Ja? Auch das werde ich später nachher zeigen. Okay. Lasst mich kurz schauen. Alle diese Dinge habt ihr hier drinnen stehen. NPM Install Chalk, ihr habt diese Sachen mit Install Chalk und so weiter drinnen. Ja, eine Kleinigkeit muss ich noch erwähnen. Ich glaube, ja, das habe ich euch gezeigt. Das ist alles gut. Ja, NPM muss ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Das Unangenehme an diesem Node Modules Verzeichnis ist, dass es ziemlich schnell ziemlich voll wird. Könnt ihr euch erinnern, was wir installiert haben? Eigentlich nur ein einziges Package. Chalk. Man könnte meinen, dass dieses Package einen so trivialen Task erfüllt, nämlich das Einfärben der Konsole, dass es für sich alleine steht. Dem ist aber definitiv nicht so. Schaut euch an, was dieses Chalk alles mitgezogen hat. Das ist von RegEx bis irgendwelche Support Color Packages, die dann nachsehen können, ob die Konsole das überhaupt beherrscht und, und, und. Also, Node Packages sind wirklich, wirklich klein. Und wenn ihr eine Menge Node Packages verwendet, für euer Bild beispielsweise, dann wird dieses Verzeichnis ziemlich schnell ziemlich groß. Wir reden hier über Tausende, Zehntausende an Dateien. Das ist die Regel, nicht die Ausnahme. Das sind winzig kleine Dateien. Das heißt, dieses Node Modules ist, wie soll ich sagen, nicht das angenehmste der Welt. Früher waren die noch dazu hierarchisch geschachtelt und ich habe regelmäßig unter Windows Probleme gehabt, weil die Pfade zu lang geworden sind und ihr konntet es nicht mehr löschen und ganz schlimme Dinge. Das ist heute leider nicht, Gott sei Dank, nicht mehr so. Unter Linux ist das alles kein Problem, aber unter Windows ist die Pfadlänge weiterhin ein Problem. Das heißt, dieses Node Modules Verzeichnis, das will ich eigentlich nirgends hin kopieren müssen. Wenn ich jetzt diese Applikation dir gebe und dann will ich eigentlich nicht Zehntausende an Dateien auf einem Memory Stick kopieren, dann werden wir alt. Wenn ich das einchecke in irgendein Quellcodesverwaltungssystem, dann checke ich natürlich nicht mein Node Modules Verzeichnis ein. Auch da werden wir alt, wenn wir das tun. Deshalb möchte ich gerne so eine Art Konfigurationsdatei, wo ich einfach drinnen stehen habe, hey, die, 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 die Packages haben wir in unserer Anwendung, so wie in Nougat, ein XML-File und das gibt es natürlich auch bei NPM. Dieses File bekommt man, indem man sagt NPM-Edit. NPM-Edit fragt ein paar Fragen, hey, wie sollte die Anwendung heißen, das passt, welche Version haben wir? Ich werde jetzt einfach durchgehen, das kann man alles ausfüllen, muss man aber nicht ausfüllen und dann bekommt man hier an dieser Stelle ein Package.json und dieses Package.json-File werden wir später noch brauchen und achtet auf diesen Knoten. Das ist der, den wir im Moment beachten sollten. Dependencies und Dev-Dependencies. Hier hat er automatisch erkannt, dass wir Jog bereits installiert haben, aber das Schöne an der Sache ist, ich muss jetzt nur dieses Package.json einchecken, wenn ich nämlich hier mein Node-Modules-Verzeichnis lösche, dann brauche ich nur noch zu sagen NPM-Install, der liest jetzt mein Package.json-File und installiert das, was ich brauche, automatisch. Also ich checke dieses File-Line, kann es euch auf USB-Stick geben, ihr macht ein NPM-Install und alles ist gut. So wie Nougat. Packages.config und was weiß ich und ja, alles ist gut. Okay? Seht ihr, wie ähnlich die Konzepte sind zwischen Nougat und NPM beziehungsweise Node und ASP.NET Core 1.0 ganz ähnlich, oder? Dieses Basiswissen, das ihr jetzt mal bekommen habt für Node, für NPM, NPM-Init, TypeScript, TypeScript-Node, genau auf diesem Basiswissen werden wir jetzt aufbauen. Das ist es, was man braucht, um zu verstehen, wie Build von Web-Anwendungen in Visual Studio funktioniert. Ja, genau. Ah, ja, genau. Das ist noch ein guter Punkt. NPM ist in Visual Studio fixfertig eingebaut. Ich kann das mal herzeigen. Ich werde hier ein neues Visual Studio starten und wir beginnen einfach mit File New Project und ich werde hier eine neue ASP.NET Anwendung erstellen. Eine ganz normale Web-Application, nichts Besonderes. die werden wir uns dann später noch etwas genauer zu Gemüte führen. Und in dieser Solution haben wir, wenn wir genau schauen, hier, haben wir irgendwo ein Packages-JSON? Nichts da, oder? Aha, schon. Das ist nämlich versteckt hinter diesem Knoten hier. Visual Studio 2015 in der aktuellen Version versteht NPM. Das heißt, so wie man keinen Packages-Knoten hat für Nougat, hat man auch keinen Knoten für NPM. Das versteckt sich hinter diesen Dependencies hier. Tatsächlich können wir hier aufklappen und sehen an dieser Stelle, dass hier einige Pakete installiert sind. Das ist dieses GALP, über das wir dann später noch sprechen werden. Und wenn ich zum JSON-Konfigurations-File will, rechte Maustaste, dann kann ich hier sagen, openpackages.json und da seht ihr jetzt, da haben wir doch genau das gleiche Tool, das wir vorher gerade gesehen haben, nämlich dieses packages.json. In diesem Fall sind nur Dev-Dependencies drinnen. Was sind Dev-Dependencies im Vergleich zu Dependencies? Dependencies sind Abhängigkeiten, die ich zur Laufzeit brauche. Bootstrap, Angular, jQuery, alle diese Sachen. Was sind Dependencies? Dev-Dependencies, das sind Node-Dependencies, die ich zum Übersetzen der Anwendung brauche. Also alle Tools, die ich während des Bilden brauche, die sind in Dev-Dependencies. Da könnte drinnen sein der TypeScript-Compiler, da könnte drinnen sein dieses Typing-Tool, da könnte drinnen sein Gulp oder Grunt und wie sie alle heißen diese Tools. Das Schöne ist, dass mir Visual Studio und das ist die gute Nachricht und da sieht man, wie stark sich Microsoft hier engagiert in dem Bereich, IntelliSense bietet. Wenn ich zum Beispiel den TypeScript-Compiler in meinem Programm verwenden will, Doppelpunkt, seht ihr das? Dann geht der zur Laufzeit, zu NPM, sucht sich die richtige Version raus und ich muss nur sagen, ja, das ist die Version. Und wenn ich eine neuere Version von Gulp haben will, dann brauche ich nur an dieser Stelle Steuerung Leertaste drücken und ich sehe sofort aus NPM, was ist die neueste Version. Ich kann sie hier einfach reinschreiben und jetzt achtet bitte hier herüben, was hier passiert, wenn ich speichere. Ich drücke jetzt auf Speichern, seht ihr? Restoring. Wisst ihr, was da im Hintergrund passiert? NPM Install. Genau das, was ich euch vorher in der Kommandozeile gezeigt habe. Also Visual Studio beherrscht neu in der neuesten Version, Visual Studio 2015 Update 1, beherrscht wunderbar den Umgang mit NPM. Ihr seht sogar dieses hübsche Logo da unten, das ist das Logo von NPM. So, der ist gleich mal etwas größer geworden. Seht ihr das? Unsere lächerlichen paar Dev Dependencies. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dependencies. Schaut euch mal an, was das zur Folge hatte. Diese Dateien, also diese Dinge, diese Pakete hier, die finden wir alle in unserem Node-Modules-Verzeichnis. Wisst ihr jetzt, warum ich gesagt habe, dieses Ding ist ein Monster? Und dort, wo dieser Hinweis dabei steht, das bedeutet, fremd, so in diese Richtung, diese Pakete wurden von euch nicht explizit referenziert, sondern die haben sich indirekt durch die Abhängigkeit einer Abhängigkeit einer Abhängigkeit ergeben. Wenn ich hier runterscrolle, dann sehen wir die Pakete, die tatsächlich von uns inkludiert wurden, hier ohne diesem Hinweis dran. Und ich, das ist zum Beispiel das GALB, was wir hier direkt in unserem NPM referenziert haben. Also, bitte, Frage. Was passiert, wenn man jetzt sagt, irgendwas referenziert, das verwendet eine andere Referenz, die hat ja so und so und so, man hat dann aber noch eine andere Referenz, die verwendet das gleiche, nur in einer anderen Version. Wird ihr das dann zweimal das in den Abhängigkeit packen mit verschiedenen Versionen? Nein, du hast ein Problem, genauso wie bei Nougat. Okay. Nur ist es hier weit nicht so schlimm, weil wir haben ja alles in Quellcode und JavaScript hast du wahrscheinlich eher dann Probleme zur Laufzeit. Es ist nicht so schlimm wie bei C-Shop zum Kompilieren jetzt, aber wenn du es dann ausführst, dann hast du manchmal Probleme. Ja, das stimmt. Okay. So, hier habe ich euch eine Reihe von wichtigen Paketen für Visual Studio 2015 zusammengefasst. TypeScript, der TypeScript Compiler, klar. Babel, der Transpiler für Ecclescript 2015 auf ältere Versionen. Stalb, das ist dieses Tool, das wir uns jetzt dann gleich ansehen werden. Da werde ich jetzt noch nicht dazu sagen, das wird unser nächster Schritt sein. Grunt, Grunt ist ein, ach, die haben alle so lustige Icons, lass uns das mal herzeigen. Also Grunt ist so ein hübsches Warzenschwein. Komm, genau, das ist Grunt. Bauer ist auch ein hübsches Icon, ist so ein Vögelchen. Grunt ist eine Alternative zu Galb. Galb, wir werden es gleich sehen, ist ein Bildsystem, das imperativ funktioniert. Das heißt, ich schreibe JavaScript Code für den Bild. Ich baue mit JavaScript. Während Grunt einen ganz anderen Weg geht und sagt, ich konfiguriere, dort habe ich ein JSON-File, dort kann ich nicht Node.js schreiben, dort kann ich nicht eine Schleife, ein If und ähnliches einbauen, sondern ich habe eine deklarative Sprache, ein JSON-File und dort drinnen beschreibe ich, was ich als Ende im Endeffekt haben will und das wird dann zur Laufzeit interpretiert. Also, hat man Code over Configuration oder Configuration over Code? Je nachdem. Und das ist hier die Glaubensfrage, kann man schon fast sagen, will ich das oder will ich das? Ich zeige heute mal Galb. Bauer, Bauer ist ein Tool ähnlich wie NPM, aber Bauer wird verwendet um Client-Side-Dependencies aufzulösen. Jetzt sage ich euch Nein, Nein dazu, ihr könnt gerne widersprechen oder anderer Meinung sein, aber mein Tipp, meine Empfehlung, lasst die Finger vom Bauer, verwendet das einfach nicht. So ziemlich alles, was man in der Praxis braucht, bekommt man auch über NPM und nicht über Bauer und dann spart ihr euch einen Package Manager. Es ist schwierig genug, dass man mit Nougat umgeht und dass man auf der anderen Seite mit Bauer umgeht, sorry, mit NPM umgeht, da braucht man nicht einen weiteren noch dazu. Es wird noch schlimmer, der letzte da unten, Webpack, ist wieder ein neuer Stern am Himmel, der aufgeht. Sehr viele Leute lieben Webpack, weil es leicht ist zum Einsteigen, eine sehr praktische Sache. Webpack ist wieder eine Alternative zu dem, was wir da oben sehen. Ihr seht schon, in JavaScript ist Vielfalt alles und ihr habt die Wahl, gleichzeitig aber auch die Qual der Wahl. Die kann ich euch nicht abnehmen. Ich werde euch hier GALB vorstellen, wenn es euch gefällt. Cool, nehmt es. Aber es gibt Alternativen und ich sage keinesfalls, dass GALB viel besser ist als alles andere. Es ist eben das, womit wir jetzt seit langer Zeit Erfahrung haben und eigentlich recht gute Erfahrung haben. Ich kann über die anderen nicht so viel sagen. Über GALB weiß ich, dass es gut funktioniert. Bitte, Frage. Wie passt dein JS wieder dran? Ja, noch eine Alternative, eine etwas jüngere Alternative. Aber es ist genauso eine Alternative, die ich dafür verreden könnte. Ich kann es nicht sagen. Ich habe zu wenig Erfahrung, als dass ich dir sagen könnte, was man nimmt. Ich habe morgen eine Kino zum Thema Innovation und das wird dort eines der Themen sein. Wie gehe ich damit um? Ich habe vor Jahren, als ich noch jünger war und noch irgendwie, wie soll ich sagen, die Welt niederreißen wollte, hatte ich jeden Tag schlaflose Nächte, weil wieder irgendein Framework erschienen ist und ich irgendwie nie die Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen. Ja, blöde Sache. Den ist heute nicht mehr so. Wenn ich was habe, was gut funktioniert, was Millionen andere Leute auch verwenden, hey, muss ich mich nicht um jede Mode kümmern und ich habe gar kein schlechtes Gemissen dabei. Das kann ich nicht mitgeben. Auch wenn ihr sagt, na, GALB ist nichts, ich mache immer Grunt. Hey, bleib dabei. Warum auch nicht? Vielleicht müssen wir uns irgendwann umstellen, aber nicht alles, was ein Framework ist, muss von mir verwendet werden. Okay, GALB. Wenn ihr mit GALB umgehen wollt, dann müsst ihr mal Load und MPM ein Leg verstanden haben und ich hoffe, dann haben wir jetzt die Grundlagen geschaffen. Das war mein Ziel in diesen ersten 45 Minuten. Jetzt haben wir den Rest Zeit, uns nur mit dem Thema GALB zu beschäftigen und was das Ding so kann. GALB ist ein sogenanntes Streaming-Bildsystem. Was der verwendet, ist, der verwendet Streams, Notch-as-Streams, um irgendwelche Dateien einzulesen und durch eine Art von Pipeline durchzuschicken. Also da gibt es Quellen, die schicken das dann in einen Transformator, in den nächsten Transformator, in den nächsten Transformator, bis hin zu einer Destination, wo das Ding dann ankommt. Ich lese TypeScript-Quellcode, schicke es in den TypeScript-Compiler, schicke das Ganze weiter zum Active-File und schicke das Ganze in ein Destination-File, das dann auch wirklich gespeichert wird. Das ist die Grundidee von GALB. Es ist Code-Over-Configuration, das heißt, ein GALB-File ist nichts anderes als ein Node.js-Programm. Ihr könnt in GALB richtig programmieren. Macht es nicht, dass ihr GALB-Files erstellt, die 15.000 Zeilen lang sind. Ihr habt Module, ihr könnt all das tun, was Node.js kann. Ihr könnt Variablen einführen, ihr könnt Prozeduren einführen, ihr könnt, wenn ihr TypeScript verwendet, Klassen verwenden. Es ist alles da, was man verwenden möchte. Ihr könnt jedes Node.js-Modul, das im NPM herumfliegt, in euren GALB-Tasks verwenden. Am Ende des Tages ist es nichts anderes als ein Node-Programm, das ihr schreibt als GALB-File. Und da haben wir jetzt den Unterschied zum Beispiel zu Grunt. Dort ist es eben kein Node-Programm. GALB an sich kann extrem wenig. GALB kann nur mit diesen Pipes umgehen. Also GALB ist, wenn man so will, der, der diese Pipes, diese Rohre verlegt. Und zwar, die Ziele dieser Rohre sind sehr allgemeine, kleine Platins, die dann den Job erwähnen. Also die Platins sind unterschiedlich groß oder klein. TypeScript Compiler will ich jetzt nicht unbedingt als klein ansehen. aber es gibt andere Dinge wie zum Beispiel Concatenate. Das ist was ganz Simples, oder? Ich verknüpfe zwei Dateien zusammen zu einer beispielsweise. Das ist ein relativ einfacher Task. Es gibt eine relativ einfache Komponente, die einfach IF sagt. Wenn Bedingung erfüllt, mach das, sonst mach es nicht. Also diese kleinen Plugins sind es, die GALB so interessant macht. Die GALB aber auch gleichzeitig schwierig zu handeln macht, weil es so, so viele Alternativen und Möglichkeiten gibt. Es ist so schwierig einen Überblick zu behalten und da werde ich euch ein paar Strategien mitgeben, wie ihr hier up to date bleibt. Installiert hat man GALB, na wie könnte es anders sein, über NPM. Weil GALB ist wieder nichts anderes als ein Node Package. GALB muss man erstens global installieren mit minus G, damit ich aus jedem Verzeichnis heraus GALB einrichten kann. Zweitens, GALB muss man im lokalen Package Chasin hinterlegen, indem ich sage NPM Install GALB. Das installiert es lokal, das installiert es global. Die lokale Installation speichert man im Package Chasin mit minus minus Save Dev. Dadurch wird es zu einer Dev Dependency. Nicht zu einer Dependency. Könnt ihr euch erinnern? Ja? Package Chasin? Gut. Ja und dann installiert man alle Plugins, die man haben will. Und auch diese Plugins speichert man mit Save Dev. Und hier nur ein Beispiel. GALB Concat wäre so ein Plugin. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel uns ansehen, was hier Visual Studio beim Neuanlegen eines Projekts macht, seht ihr, der verwendet GALB und dann verwendet er drei Plugins. In diesem Fall Concat, CSS Minifier und Uglify. Weiß jeder, was Uglify ist? Weiß jemand nicht, was Uglify ist? Okay. Uglify macht nichts anderes, als das JavaScript Code komprimiert wird. Auch das kleinstmögliche Ding. Das heißt, der wirft alle unnötigen Whitespaces raus und solche Sachen. Aber der geht noch weiter. Uglify bedeutet, dass er zum Beispiel Variablen Namen kürzt. Das, was bei dir heißt, Last Index of Element, nennen wir dann vielleicht A. Deswegen heißt dieses Ding Uglify. Ist natürlich viel, viel kürzer, spart Bandbreite und das ist der Job, den Uglify übernimmt. Und so nebenbei habe ich dann hier noch den TypeScript Compiler dazugehängt. Also das ist es, was man machen muss. Nennt einfach dieses Slide hier. Was macht RIMRF? RIMRF ist nichts anderes, als ein Delete Helper. Was RIMRF macht, ist, ich kann sagen, nimm dieses Verzeichnis und lösche den Inhalt plus alle Subdirectories. Ja, gibt es auch noch andere Packages. Ich verwende gerne DEL. DEL wie Delete macht auch eigentlich nichts anderes, als das Löschen eines Unterverzeichnisses. Wieder viele Optionen für einen und den gleichen Task. So, da haben wir so ein GALB-File und dieses GALB-File werden, mit dem werden wir mal experimentieren. Das geht relativ rasch. Lasst mich unser vorheriges Beispiel hier mal wegwerfen, so dass wir wieder eine leere, ein leeres Verzeichnis da liegen haben. Und dieses GALB-File, das ist jetzt hier JavaScript, dieses GALB-File werden wir in unserem Verzeichnis anlegen. Das ist GALB-File.js und das ist unser GALB-File. Ich werde es gleich mit euch Schritt für Schritt durchgehen. Keine Angst. Natürlich brauchen wir jetzt Inhalte und jetzt können wir uns ansehen, was dieses GALB-File macht. Wie ist die Anatomie dieses GALB-Files? Ganz oben steht bei jedem GALB-File eine Liste an Requires. Das heißt, hier hole ich mir die notwendigen Plugins, die ich brauche. Und dieses simple Beispiel macht nichts anderes als ein CONCAT. Es hängt einfach Dateien zusammen. In diesem Fall habe ich einen Task erstellt und was der machen soll, ist er soll aus dem Ordner CSS alle .css-Dateien hernehmen und konkatenieren, so dass am Ende nur eine einzige CSS-Datei überbleibt, die all.css heißt und im Ordner dist drinnen liegt. Okay? Das ist dieser Task. Was dieses GALB-File noch macht, es setzt einen Watch-Task auf und hier wird verwendet ein GALB.watch und das heißt, ihr werdet es erraten, was dieses Ding macht. Diesen Watch-Task kann ich starten, der hat die ganze Zeit das Ohr auf diesem Pfad und wenn sich irgendetwas daran ändert, startet er automatisch den anderen Task, nämlich Styles. Und dann habe ich noch einen Default-Task angelegt, das ist einfach ein Alias für viele weitere Tasks. In der Praxis habt ihr nicht nur einen GALB-Task, Styles, sondern ihr habt vielleicht einen weiteren, kommen wir noch dazu, TypeScript, Minify und was weiß ich nicht und hier kann ich als einen Namen eine Liste von Tasks hinterlegen, damit ich einfach schneller und nicht einzeln aufrufen muss. Okay? Das Programmieren ist denkbar simpel. Ein Task sieht immer gleich aus. Es gibt eine Source und dann gibt es Pipe, 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 Pipe. Innerhalb von dem Pipe stecken dann die Plugins, in diesem Fall Concert und die letzte Pipe hat typischerweise ein GALB.Test. Das ist das Ziel, wo wir hinschreiben. Schwierig? Nein, oder? Haha, glaubt ihr. Schaut euch mal professionelle GALB-Files an. Ihr könnt euch mal, wenn ihr richtig so richtig auf Hardcore seid, dann schaut euch mal das GALB-File von Angular 2 an. Das ist echtes Software Engineering. Das ist nicht simpel. Aber für die typischen Web-Anwendungen, die wir so als Wald- und Wiesen-Entwickler schreiben, und da zähle ich mich auch dazu, ist es relativ einfach und straightforward. So, da habe ich jetzt mein GALB-File. Lasst mir jetzt ein paar Demos machen. Wir werden hier einen Ordner CSS anlegen. In dem Ordner CSS legen wir rein eine CSS1.css-Datei und da schreiben wir meinetwegen rein Body und da machen wir eine Background-Color und da nehmen wir meinetwegen Red, soll so sein und da machen wir ein zweites CSS-File, das nenne ich CSS2.css und da schreibe ich rein H1 soll Font was weiß ich nicht, FontSize xxlarge beispielsweise sein. So, jetzt habe ich hier zwei CSS-Dateien und ich möchte, dass mein GALB-File eine CSS draus macht, die zusammengehängt ist. Naja, tun wir das. Gehen wir in unsere Kommandozeile hier. Das ist jetzt genau dieses Verzeichnis. Da gibt es mein GALB-File und das erste, was ich mache, ich rufe einfach GALB auf und dann wird das Ding nicht funktionieren. Er sagt, hey, local GALB not found. Warum sagt er das? Weil ich was vergessen habe? npm install. npm install, na, erst machen wir ein init, damit wir dieses komische JSON-File da bekommen. Das gehe ich einfach durch. Ja, ist schon gut so. Dann habe ich jetzt hier mein package.json-File und dann sage ich npm install gulp minus minus save dev. Das ist der erste Schritt. Der holt sich jetzt gulp aus dem Internet und installiert es im node-modules-Verzeichnis. Dann brauchen wir zur Erinnerung, zum Auffrischen, gulp concat. Gut, machen wir auch. npm install gulp concat save dev. Okay. Wunderbar. Was ich jetzt durch dieses save dev bekommen habe, sind dev-dependencies in meinem package.json. Seht ihr das? Wenn ich also das nächste Mal dieses node-modules-Verzeichnis lösche, dann brauche ich nur sagen npm install und er weiß automatisch, was er zu tun hat. Ja, und damit bin ich schon fertig. Jetzt kann ich nämlich hier einfach sagen gulp und er wird nichts anderes tun, als diesen styles ausführen. Und wenn alles gut gegangen ist, haben wir hier einen dist-Ordner und hier haben wir ein all.css, das die beiden CSSen zusammenhängt. Schwierig? Nein, oder? Schwierig. Einmal npm install, alles gut. Das ist schön, wenn ihr sagt bisher nicht. Denn ich kenne wirklich viele Leute, die beim Umstieg in ASP.NET Core 1.0 verzweifeln mit diesem Thema, weil sie mit diesem ganzen gulp und grunt und wie das alles heißt nichts anfangen können. Aber gut, jetzt habt ihr mal die Basis kennengelernt. Das war ein Hello World Gulp-File. Schön. Dieses Gulp-File und da sieht man jetzt wirklich die Power von Gulp. Dieses Gulp-File ist nichts anderes als ein Node-Programm. Habe ich euch schon gesagt. Und da muss ich euch jetzt ein klein wenig hinter die Kulissen von Node schauen lassen. Diese Node-Programme sind nichts anderes als im Benutzerprofil installierte JavaScript-Dateien. Wenn ich hier sage, where-gulp dann in der Kommandozeile sorry here where-gulp dann sagt er mir hey schau dieses Gulp liegt hier in meinem Benutzerprofil AppData irgendwas roaming npm. Wenn ich jetzt das hier mal rauskopiere das hier dann kann ich hier nachsehen und kann dann type dieses Command-File und dann werden wir feststellen dass es hier einen Ordner gibt namens Node-Modules der ist in diesem npm-Ordner drinnen und dort drinnen gibt es für jedes global installierte Paket einen Ordner Gulp dort drinnen gibt es ein Pin und da ist jetzt unser JavaScript. Das ist die Implementierung von Gulp die da drinnen steht. Ja plus natürlich noch viele externe JavaScripts. Das heißt der Ordner in dem unser Gulp JS drinnen ist ist folgender nämlich gehe ich hier zurück npm weg und hier hinten dran hängen wir einfach dieses Zeugs hier und voila willkommen zu Gulp das ist der Gulp Source Code kurz ist gar nicht so kurz ich kopiere mir dieses Ding jetzt mal hier raus was ich jetzt machen kann hier ich habe das hier installiert ich kann den sogenannten Node-Inspector installieren der Node-Inspector ist nichts anderes als ein Debugger den ich global auf meinem System installiere und dann kann ich sagen Node-Debug der kommt mit diesem Node-Inspector Node-Debug oh sorry und dann gebe ich ihm an welches File ich debuggen will und das ist unser Gulp-JS und dann sagen wir ihm hey wir möchten gerne Default erinnert euch an unser Gulp-File hier Default seht ihr das das möchte ich gerne debuggen ok Enter was jetzt passiert ist Node wird gestartet gleichzeitig stoppt er aber die Ausführung und Node wird plötzlich zu einem Web-Server also Node hört jetzt plötzlich an einem lokalen Port und dann startet das System in diesem Fall den Debugger von Chrome und der Chrome-Debugger spricht jetzt mit dem Node-Debug über einen Port wir verwenden den Chrome-Debugger zum Debuggen von Node-Scrits in diesem Fall und dieses Beispiel könnt ihr auf jeder Plattform machen überall wo Chrome ist funktioniert wunderbar so und wenn ich jetzt hier ein wenig runter scrolle dann müsste es irgendwo in der Mitte geben ja genau this is what actually loads up the Gulp-File das ist ein Kommentar im Source-Code von Gulp und ich habe mir hier in Vorbereitung auf die Session schon ein Breakpoint gelegt das heißt ich kann einfach auf F8 drücken und dann läuft dieses Ding und irgendwann bleibt er hoffentlich beim Breakpoint stehen und wenn wir jetzt genau schauen haben wir jetzt hier hier rüben seht ihr das unser Voila Gulp-File und dieses Gulp-File kann ich jetzt in meinem Gulp-File einen Breakpoint setzen kann es weiterlaufen lassen und bang ich bin mittendrin in meinem Gulp-File und ich wage Gulp mit allem rum und dran und kann hier beispielsweise auch drüberfahren und habe hier Watchpoints und kann mir die Tasks ansehen wenn ihr lokale Variablen habt und ähnliches also wenn euer Gulp mal nicht funktioniert und in größeren Projekten sieht nicht mehr trivial diese Gulp-Files dann kann ich sie debuggen das ist jetzt der Vorteil von Code-Over-Configuration ein JSON-File könnte nicht debuggen wo sollte da ein Breakpoint hinzuzählen so wie ein SQL-Statement das könnte schwer debuggen ein Gulp-File kann ich debuggen das ist der Grund warum mir persönlich Gulp eigentlich ganz gut gefällt aber ja jeder bildet sich seine eigene Meinung also das ist hoffentlich die Antwort auf das Thema Debugging und die Frage TypeScript und TypeScript Debugging ja ich kann Gulp-Files in TypeScript schreiben ich zeige dir noch ein Beispiel her aber dann wird Debugging nicht gerade leichter es geht mit Map-Files aber nicht immer im schlimmsten Fall debuggt man weiterhin JavaScript als TypeScript Entwickler muss man JavaScript auch lesen ok das war Debugging so und dann habe ich euch hier eine ganze Menge an wichtigen Gulp-Plugins aufgeschrieben Nummer 1 erster Tipp wann immer ihr irgendwas in Gulp machen wollt dann versuche das mal mit dem Muster Gulp- das Tool das ihr sucht ihr habt SAS Dateien und wollt CSS draus machen dann sucht einfach mal Gulp-SAS ihr Typescript Dateien und wollt JavaScript draus machen dann sucht mal nach Gulp-Typescript ihr versteht was ich meine ihr wollt Les Dateien übersetzen dann sucht mal nach Gulp-Less ihr wollt Dateien konkatenieren dann sucht mal nach Gulp-Konkat ihr seht das Muster ist immer das gleiche ja was man noch machen kann und das ist mein Tipp lasst euch inspirieren von den Gulp-Files von großen Projekten ihr müsst ja nicht gleich Angular 2 ansehen aber zum Beispiel ein Tool das mir sehr gut gefällt das ich gerne bei Deep Dives in Gulp verwende zum Beispiel ist dieses Angular 2 Seed Projekt dieses Angular 2 Seed Projekt ist so quasi ein Projekt das kann man einfach klonen und das ist so ein Best Practice Projekt wie eine Angular 2 Applikation aufgesetzt ist und da gehört die ganze Unit Test Text Plattform und auch Bild Plattform fix fertig dazu und da ist ein Gulp-File drinnen das ist nicht trivial alles andere als trivial aber es ist noch handelbar also wenn ihr euch mit diesem Wissen aus dieser Session ausgestattet über dieses Gulp-File rüber traut dann habt ihr in ein, zwei Tagen einen richtig schönen guten Überblick darüber was Gulp alles kann und ihr werdet einfach viele, viele, viele Plugins sehen dann müsst ihr halt recherchieren was die machen so kann man es eigentlich recht gut lernen und einige wichtige habe ich euch hier unten dran geschrieben ich werde nicht alle erwähnen ein paar vergift sich der Name von selbst Gulp-Util hat ein paar wichtige Utilities drinnen mit denen kann ich einen Ordner aufräumen löschen was da drinnen ist Rename Alp-File Concad erklärt sich von selbst Source Maps ist noch wichtig wisst ihr was Source Maps sind Source Maps bieten die Möglichkeit dass der Browser uns Debugging im Quellcode erlaubt obwohl der Code transformiert wurde ich kann TypeScript debuggen obwohl der Browser eigentlich Javascript ausführt so ein bisschen wie ein PDB-File für sich Sharp und Source Maps kann ich mit diesem Ding erzeugen Gulp-IF ist glaube ich klar was es macht Gulp-Template ist zum Beispiel super praktisch da könnt ihr in eine HTML-Dateien ähnlich wie in Razor und Dux irgendwelche Spitzklammer Prozent Spitzklammer ist gleich und sonst was reinschreiben und dann könnt ihr während des Bildens dieses HTML-File umsteigen ihr könnt dann zum Beispiel sagen ich möchte gerne in Produktion was anderes hinschreiben wie in Development die Development-Umgebung soll rot hintergrund sein und die Produktionsumgebung gelb oder sonst was diese Dinge kann ich damit machen Autoprefixer ist ganz spannend Autoprefixer wird zum Beispiel von Bootstrap verwendet was der macht ist der fügt automatisch die verschiedenen herstellerabhängigen Präfixe zu CSS dazu das heißt ihr schreibt einfach den unabhängigen Präfix hin und der fügt dann irgendwas mit Webkit bla und so weiter hinzu aufgrund von Browser-Kompatibilitäts-Matrizen die das Ding eingebaut hat und dadurch wird der CSS-Code wesentlich kleiner und dieses Autoprefixer fügt den Rest hinzu im Rahmen des Bildes wie gesagt es verwendet Bootstrap ja und 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 könnt ihr euch selbst einen Blick dann verschaffen ein Bild davon verschaffen ich habe jetzt nicht die Zeit dafür dass ich das alles mit euch durchgehe ich möchte euch lieber das Big Picture zeigen ja Galb in ASP.net Projekten Galb in ASP.net Projekten ich habe vorher eine neue Applikation gebaut und schaut mal was Microsoft gemacht hat in Visual Studio 2015 Galb-File ist der Standard das heißt wenn ihr ein neues ASP.net Projekt erstellt dann habt ihr automatisch ein Galb-File drinnen also Galb ist im Moment der Standard den Microsoft drinnen hatte es gab eine Beta-Version eine frühe Beta von ASP.net Core 1 die hatte noch Grunt als Standard eingebaut da hat man dann irgendwann gewechselt und hat gesagt nein ich nehme lieber Galb ob das für alle Zeiten so bleiben wird dass Microsoft ein Galb-File liefert oder mal umsteigt oder was anderes ich weiß es nicht aber im Moment sieht man recht gut dass Galb eine wichtige Sache ist diese Galb-Files kann ich in Visual Studio super bequem editieren und zwar das erste ich habe IntelliSense Galb. ich bin jetzt in JavaScript wohlgemerkt nicht in TypeScript aber die haben einfach in Visual Studio IntelliSense speziell für Galb-Files hinzugefügt um euch das Leben zu erleichtern insofern spricht eigentlich nichts dagegen wenn ihr Visual Studio habt dass ihr bei JavaScript bleibt naja nichts es gibt schon Nachteile aber es gibt auch Vorteile das ist das erste was er kann das zweite was dazu gekommen ist das versteckt sich hier unten Task Runner Explorer sehr nützliches Tool dieser Task Runner Explorer ich zoome hier mal rein der erkennt automatisch dass ein Galb-File da ist und bietet mir alle diese Tasks hier unten an und statt dass ich jetzt hier eine eigene Command-Shell erzeugen muss kann ich hier einfach draufklicken rechte Maustaste und sagen Run und jetzt bekomme ich hier im Visual Studio bequem eine Kommandozeile und der führt hier dieses Galb-File direkt im Visual Studio aus ich kann sogar diese Dinge mit rechter Maustaste an etwas binden ich kann sagen hey wann immer ich bilde soll vorher oder danach dieser eine Task laufen was da passiert wenn ich sage bevor Bild beispielsweise ist das in das Galb-File oben ein Kommentar eingetragen wird und dieser Kommentar wird von Visual Studio interpretiert so dass ihr wenn ihr das nächste Mal bildet er vorher automatisch dieses Galb-File ausführt und dann habt ihr einen Bildprozess den ihr einfach in der Praxis vergessen könnt und dort wollen wir nämlich eigentlich hin ich will wieder in Visual Studio einfach Code schreiben wieder auf Bild drücken und dieses Ding muss automatisch laufen das ist unser Ziel und mit diesem Task Runner kann man das Ganze machen zu dem Task Runner gibt es nicht allzu viel zu sagen was vielleicht noch erwähnenswert ist wenn es solche Watch Tasks gibt die ich vorher erwähnt habe die im Hintergrund laufen das habe ich euch übrigens noch nicht gezeigt fällt mir gerade ein das war der hier da kann ich sagen Galb Watch was der dann macht ist der sitzt hier und wenn ich jetzt hier beispielsweise irgendetwas an meiner CSS Datei ändere ich schreibe das Ganze hier rüber auf grün speichere es ab dann geht dieser Watch Task her und macht automatisch ein Bild seht ihr das? der überwacht die Dateien wenn ihr einen solchen Watch Task drinnen habt und mit dem Task Runner Explorer arbeitet könnt ihr den Watch Task auch hier drinnen starten rechte Maustaste hat Start und dann bleibt dieses Ding da und dann läuft der Watcher in Visual Studio und das könnt ihr auch binden ihr könnt sagen startet den Watcher automatisch sobald ich das Projekt öffne und dann ist es wirklich bequem dann nehmt ihr eure Anwendung sagt Open Project bang dann startet den Watcher der Watcher übersetzt das alles und ihr könnt Galb einfach vergessen das läuft im Hintergrund ich muss ehrlich zugeben dass ich den Task Runner Explorer nicht so häufig verwende ich arbeite wenn ich im Büro sitze lieber mit einer eigenen Command Line Shell die ich mir auf meinem zweiten Monitor hin platziere mein primärer Monitor ist Quellcode und die eigene Schemmy liegt auf dem zweiten Monitor ich kippe, speichere und das läuft so irgendwie aus dem peripheren Augenwinkel sehe ich was da passiert startet die Unit-Tests automatisch und wenn da irgendwas rot wird dann zieht es meine Aufmerksamkeit an ich schau hin und ich weiß was ich gemacht habe also Geschmackssache da müsst ihr selbst für euch einen Weg finden der gut funktioniert bitte, Frage Ist jetzt Visual Studio auch eine Empfehlung das so zu machen oder verwendest du jetzt für deine Kundenprojekte WebStorm oder Visual Studio Code Editor? wir also unser Job ist es, wir schreiben eine eigene Software also wir haben ein eigenes Produkt Software also Service, Timecockpit und so weiter für unsere eigene Entwicklung setzen wir auf Visual Studio ganz klar für TypeScript, für HTML, für SAS, für alle Dinge wir setzen auf Visual Studio weil Windows unsere primäre Plattform ist ich sage primär, nicht unsere einzige wenn es auf Linux geht wenn wir mit Docker experimentieren wenn wir kleine Kundenprojekte in diese Richtung machen und ähnliches wenn ich mit Kunden arbeite die Plattform ohne Paying sein wollen ich mache neben Timecockpit auch so Kundenprojekte, Architekturgeschichten und solche Sachen dann arbeite ich sehr gerne mit Visual Studio Code da ist Visual Studio Code zu meinem Lieblings Editor geworden ich setze WebStorm zum Beispiel nicht ein aber ich sage nicht, dass es schlecht ist das ist wieder so eine Sache, wo ich sage hey, es gibt viele Editoren, die toll sind auch Sublime und Vim sind gute Editoren so, ja, das habe ich euch alles gezeigt und damit kommen wir für die letzten 7 bis 10 Minuten ah, Frage ich verwende hier Gulp für das UI ich habe gerade mit Gulp Watch CSS Dateien zusammengehängt das ist ihr UI oder habe ich da was falsch verstanden? ich habe die Frage noch nicht so ganz verstanden ok, kommen Sie, kommen Sie zu mir und dann gerne, bitte das wirst du im nächsten Beispiel sehen schauen Sie, dass wir ins letzte Beispiel kommen da habe ich ein paar Dinge, die etwas länger laufen und ich möchte schauen, dass ich dort hinkomme ich habe dieses Beispiel für euch vorbereitet das werde ich jetzt nicht komplett mit euch durchgehen die Entwicklung des Beispiels werde ich nicht mit euch durchgehen sondern ich werde es euch einfach zeigen und zwar, da bin ich hier drinnen und das ist meine Solution ist verlinkt in meinen Slides, braucht ihr euch nicht aufzuschreiben ok, hier habe ich ein kleines Beispiel erstellt das verwendet Visual Studio na, Visual Studio ASP.NET Core 1.0 aber in diesem Fall interessiert mich das Backend überhaupt nicht mich interessiert hier nur das Frontend und was wir hier haben ist hier die Dependencies und natürlich NPM werfen wir als erstes einen Blick auf unser Package.json und das beantwortet es genau deine Frage ich habe hier nämlich drinnen, wenn ihr schaut meine ganzen Projekte wie Angular, Bootstrap und so weiter das heißt hier habe ich jetzt tatsächlich Client-Site-Development drinnen und ich habe sowohl Dependencies Angular, System.js, Bootstrap und Co und ich habe Dev-Dependencies das sind die, die ich zum Bilden brauche beides habe ich hier drinnen und ich hoffe, das beantwortet deine Frage wenn ich hier drinnen etwas verändere da oben und auf Speichern drücke holt er sich automatisch alle diese Dinge aus NPM und installiert sie in meinem Node-Modules Verzeichnis habe ich sie dann hier herüben auf der rechten Seite in meinem Projektbaum? Antwort, nein weil er erkennt, dass Node-Modules zu NPM gehört und er versteckt dir das hinter diesem Knoten hinter diesem NPM-Knoten ja? gut? ok so, also das ist klar die Typings erinnert ihr euch an vorher was ich euch ganz am Beginn gezeigt habe mit diesem Chalk, wo ich gezeigt habe auch diese Typings werden in einer JSON-Datei verwaltet das heißt, für alle Dinge, die ich so brauche habe ich hier meine Typings in dieser JSON-Datei drinnen dass ich nur mehr hinschreiben muss Typings install, so wie NPM install und es kommen alle Typ-Informationen automatisch wer jetzt ganz genau hinschaut wird keine Typings für Angular entdecken warum? weil ich schon mitkomme, schätze ich mal weil Angular 2, das ist Angular 2, was ich hier verwende schon in TypeScript geschrieben ist brauche ich keine Typings? da kommen die Typings mit Angular mit weil dieses Ding schon in TypeScript geschrieben ist das, was ich hier brauche sind TypeScript Type Definitions für Frameworks dass die nicht in Angular geschrieben wurden das Besondere an diesem Beispiel ist, dass mein Gulp-File, dass das alles jetzt verwendet in TypeScript geschrieben ist und da ist das Nette dran wenn man nämlich dieses ts-node verwendet dann kann Gulp plötzlich mit TypeScript umgehen und warum will ich das? IntelliSense, darum will ich das ich will, wenn ich mein Gulp-Script programmiere dass ich hier beispielsweise nicht nur sagen kann Gulp Punkt und dann bekomme ich ordentliches IntelliSense das können wir in JavaScript auch das habe ich euch gezeigt aber ich will zum Beispiel hier drinnen auch für andere Module wie zum Beispiel das Dell-Modul das ist ein Gulp-Plugin da will ich genauso IntelliSense haben ich möchte das auch für irgendwelche TypeScript-Geschichten haben ts-client-project-dot und dann bekomme ich hier ordentliches IntelliSense ich möchte mein Gulp-File modular gestalten können seht ihr das? hier habe ich ein externes File config.ts da habe ich irgendwelche Settings drinnen schaut euch das in Ruhe an wenn euch das interessiert schaut euch mein Beispiel an und plötzlich kann ich im TypeScript hier rüben sagen config.t und seht ihr? IntelliSense aus meinem zweiten Modul heraus das ist das Schöne an TypeScript, oder? deshalb mag ich TypeScript, weil ich genau diese Art von Softwareentwicklung gern habe aus C-Shop und daher habe ich in diesem Beispiel TypeScript verwendet um das Gulp-File zu schreiben die Sache hat einen Haken TypeScript Gulp-Files beherrscht der TaskRunner Explorer nicht der TaskRunner Explorer sucht nur nach einem Gulp-File JAPS und nicht nach einem Gulp-File TS zumindest ist das aktuell der Fall und deshalb muss ich leider einen Tod sterben JavaScript oder TaskRunner Explorer irgendwas von den beiden muss ich aufgeben ok, lange Rede kurzer Sinn wenn ich dieses Ding laufen lasse machen wir das ich gehe hier in den entsprechenden Ordner der ist hier genau bang cd hier drinnen dann kann ich hier sagen Gulp und dann läuft hier mein Gulp-Prozess man kann schon genau clean und client app und index und so weiter und das ist genau das was ich am Ende des Tages haben will dass ich hier in meiner Konsole mit meinem Gulp-File das Ganze machen kann und ich habe hier auch einen Watch-Task aufgesetzt der hört einfach auf alles das heißt in der Praxis würde ich dieses Fenster jetzt auf einem zweiten Monitor verschieben und würde hier einfach sagen Gulp-Watch bang und dann sitzt dieses Ding hier da und wartet bis ich irgendetwas ändere das zeige ich euch ich gehe hier in mein Visual Studio und nehme hier in Source irgendeinen ja das ist so ein File da füge ich jetzt irgendwas hinzu speichere es ab und ihr seht hier im Hintergrund ist automatisch der Bild gelaufen wenn ich Mist baue beispielsweise so dann bekomme ich hier seht ihr das? in rot unterminated string literal oh das muss ich korrigieren speichere das ab und jetzt läuft der Bild wieder sauber durch steht hier das Prinzip? ja irgendwann komme ich dann so weit dass ich glücklich bin mit diesem komischen Ding und dass ich dieses Ding jetzt auch wirklich bauen will und das ist meine letzte Demo ja dann bin ich schon im Überzug drinnen aber ich hoffe das erlaubt hier mir noch dass ich euch das zeige in Visual Studio Team Services kann ich dann am Ende im Rahmen meines Bildprozesses ich klicke hier mal auf Bild und hoffe dass das WLAN durchgehalten hat bis jetzt war es recht brav dann kann ich mir hier einen Bildprozess bauen neben meinem Visual Studio Bildprozess hier alles gut und dann kann ich neben meiner Solution und so weiter mitten rein sagen add build step und da habe ich GALP und da sage ich ja zusätzlich brauche ich noch mein GALP das würde ich gerne vor meinem Visual Studio Bild bauen und dann möchte ich noch bitte wenn ich hier bei Package reinschaue auch ein NPM zum Beispiel ein NPM install vorher durchführen ich glaube ihr versteht das Prinzip oder? ihr seht also diese Tools ja bitte ja TFS 20, 15 Kante genau das gleiche genau die gleiche Web-Oberfläche genau die gleichen Tasks ja haben wir im Einsatz ja so ist es genau so ist es du hast genau die gleiche Oberfläche du hast genau den gleichen Menüpunkt in deiner Web-Oberfläche und du hast genau den gleichen Bildprozess du meinst MS-Bild oder meinst du dann kannst du natürlich die entsprechenden Executables einfach in deinem Bildprozess mit Windows Workflow Foundation entsprechend einbauen und dann hast du es gibt sicher im Internet irgendwelche wie heißen die Bilddinger da also diese Elemente für GALP und so weiter das ist so weit verbreitet aber da geht es noch einfacher und noch schöner und dieses Ding ist komplett plattformunabhängig wunderbar mein Ziel bei dieser Session war dass ich etwas aufräume und euch ein klares Bild dafür gebe erstens mal warum macht das Ganze Sinn zweitens was sind die Grundlagen Node NPM und Co und dann wollte ich euch einen Vertreter einen sehr prominenten Vertreter nämlich den den Microsoft standardmäßig in Visual Studio ISP.NET Projekten einbaut den wollte ich euch genauer vorstellen nämlich GALP ich hoffe ihr habt jetzt gesehen wie das Ganze so funktioniert wenn ihr neugierig geworden seid dann kann ich euch nur versuchen zu motivieren nehmt euch meine Slides nochmal her schaut euch die ganzen Hyperlinks durch in meinen Slides habt ihr übrigens diese End-to-End Demo inklusive dem Durchgehen hier vom Visual Studio Team Services Bild Schritt für Schritt in Form von genauen Anleitungen hinterlegt das könnt ihr selbst ausprobieren ihr könnt es auch mit Azure probieren das funktioniert wunderbar ja und dann hoffe ich dass ihr was Gutes mitnehmen konntet aus dieser Session und ihr in Zukunft begeisterte Node.js GALP NPM Entwicklerinnen und Entwickler sein werdet vielen Dank fürs Besuchen und einen wunderschönen Piste noch vielleicht sehen wir uns ja noch bei einer meiner Sessions die ich noch machen werde dieses Jahr jetzt mal benvingst cm k k k k k k k k Vielen Dank.